Laurent Terzieff war ein französischer Schauspieler, der im Theater, im Film und im Fernsehen tätig war. Leben und Werk Laurent Terzieff wurde als Sohn einer Keramikerin und eines Bildhauers, der zur Zeit des Ersten Weltkriegs aus Russland emigriert war, geboren. In seinem Beruf war er Autodidakt und besuchte nie eine Schauspielschule. Als Jugendlicher wuchs er in seiner Freizeit als technischer Helfer, Statist und Souffleur in die Theaterarbeit hinein. Mit 18 Jahren debütierte er 1953 als Schauspieler in einem Theaterstück von Arthur Edemow im Theater des Babylons in Paris. 1958 wurde er von Marcel Kane für die Sich-Selbst-Betrügen ein Porträt der existenzialistischen Jugend der 1950er Jahre fürs Kino entdeckt. Seine Partner in diesem Film waren Jean-Paul Belmondo, Jacques Cherier und Pascal Epetit. In der Folgezeit arbeitete er unter anderem als Partner von Brigitte Bardot in zwei Wochen im September und unter Regiegrößen wie Pier Paolo Pasolini, Coma, Luis Bunel, Roberto Rossellini und Jean L. Lucie Goddard. Gelegentlich nahm er auch Fernsehangebote wahr. In Frankreich wurde Terzieff neben seiner Filmarbeit vor allem als bedeutender Bühnenschauspieler wahrgenommen. Als Regisseur von Theaterstücken trat er ebenfalls in Erscheinung. 1961 gründete er mit seiner Lebenspartnerin, der Schauspielerin Pascal Edebeußen, die Theater-Kompanie Laurent Terzieff. Er spielte und inszenierte klassische und moderne Stücke vor allem in Paris. Einen Namen machte sich der Schauspieler auch als Rezitator von Gedichten. Unter anderem mit Lyrik von Berthold Brecht mit einer Brecht-Revue ging er auf Tournee. Politisch zählte sich Terzieff zur Linken. 1960 unterschrieb er das Manifest der 121 von französischen Künstlern und Intellektuellen gegen den Algerienkrieg. 2002 einen entsprechenden Aufruf gegen den Irakkrieg. Er wurde ausgezeichnet mit den französischen Nationalorden oder en National du Merit und Ordre des AC des Lettres. Laurent Terzieff starb an den Folgen einer Lungenkomplikation in einem Pariser Krankenhaus. Filmografie, 1958 Die sich selbst betrügen Regie Marcel Cane, 1959 Araya, 1960 Kapo, 1969 Medea, 1969 Die Milchstraße, 1970 Ostia, 1975 Moses, 1976 Die Tartarenwüste, 1993 Germinal, 1993 Mord in der Toskana, 1995 Fiesta, 1998 Das Floß der Medusa, 2007 J.A.I.T.U.S. 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 J.A.I.T.U.S.